Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Synergie. Wir haben schon eine kleine, niedliche Stadt aufgebaut. Ganz, ganz kleine. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen erweitern. Wir wollen Bezirke bauen. Baue einmal Platz der Kultur. Dann werden wir das doch tun. Wo ist denn der Platz der Kultur hier? Eine Kantine? Hier gibt es nicht nur täglich Mahlzeiten. Es werden auch fertige Gerichte in der Nähe der Umgebung ausgeliefert. Okay. Beginn eines neuen Zyklus. Gemäßigte Jahreszeit. Oh, hier kommt auch eine Trockenzeit. Seht ihr? Ui, ui. So, aber wo ist denn... Ah, Platz der Kultur. Ein Ort zum Treffen und für Freizeitaktivitäten. Die Architektur hat nicht nur praktische Nutzen, sondern soll die Bürger auch zum Nachdenken anregen. Gut. Und wird das hier jetzt unser Kulturtrendum? Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Ob das jetzt dort gebaut wird? Wir können das ja hier so nach rechts bauen, irgendwie so. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie weit das wirkt, ehrlich gesagt. Ich meine, irgendwo müssen wir uns hinstellen, ne? Ich gucke gerade, ob das so weit ist, wie die weißen Linien da vielleicht sind. Das wäre hier an der Stelle irgendwie Quatsch. Ich würde das gerne hier so irgendwo hinbauen. Ich versuche mal, dass die Häuser da vielleicht noch mit drin wären. Theoretisch. Na, hier stört der Baum leider. Mach mal so. Wir gucken mal, was passiert. Mal gucken, was das macht. Schließt ein Bezirk, Freizeitbezirk ab. Erreiche 200 Bezirkspunkte. Na gut. Da warten aber vier von uns. Die Kantine. Richte in die nähere Umgebung ausgeliefert. Dieser Ort ist eine der Säulen des gesellschaftlichen Lebens. Müsste also hier bei den Häusern stehen, ne? Das ist grün. Die anderen sind lila. Das sind auch andere Häuser, ne? Der Platz ist schon fertig. Okay. Oh, jetzt sehe ich gerade, wie riesig das Gebiet der Kantine ist. Können wir das hier so hinstellen? Gucken aber erst mal der Platz. Achso, der ist noch gar nicht fertig. Okay. Der ist noch gar nicht fertig. Ich traue mich noch nicht, irgendwie die Häuser abzureißen. Da würden die noch mit rein spielen. Ich kann auch den Baum abholzen eigentlich. Ich würde die eigentlich gerne hier hinstellen, glaube ich. Und so würde er wohl links an die Häuser rankommen und alles, was er nach rechts noch baut. Das fände ich eigentlich ganz nett. Ja, schon fast ein bisschen zu tief. Ich würde sie gerne hier bauen. Achso, der Baum muss erst mal irgendwie weg. Kann ich den zerstören? Ne, so nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie dann nur ernten oder auch abbauen. Mal gucken. Ah, das sind nur die, die da arbeiten. Okay, ich verstehe gerade. So, wir haben Platz für die Kantine, die ich jetzt hier hinbaue. Genau, und alle vier der Häuser, die wir schon gebaut haben, sind auch mit drin. Gut. Das ist gerade die Hauptsache. Da komme ich gar nicht rum, ne? Ich kann ja den Bildschirm, glaube ich, nicht drehen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So, der Platz der Kultur. Historischer Bezirk wird das. Okay, Bezirksgröße groß. Halle des Wissens wird gebraucht und Steinhäuser. Verschiedenste Arten und Formen. Äh, was ist das hier? Ah, weil die Schmiede so nah ist, gibt es leider einen Malus. Obwohl, ne, die ist doch da hinten. Ist doch gar nicht drin. Gießerei, Sandfabrik, Schmiede, Schreinerei. Bin verwirrt. Eigentlich ist doch gar nichts davon in dem Bezirk dran. Hm. Na gut. Also, wie viel brauchen wir noch? Okay. Was bauen wir denn hier Schönes? Mal so eins. Oh, das passt nicht mehr. Schade. Mal so eins. So. Dann haben wir erstmal wieder ein paar Häuser. Sind die ja alle vom Watten? Nein, sind sie nämlich nicht. Und da auch nicht, verdammt. Oh, jetzt steht hier schon der doofe Turm und dann kommt er noch nicht mal an die ran. Na gut. Das heißt, ich muss hier tatsächlich nochmal einen Turm für die bauen. Na, ist da nicht drin. Okay, krass. So ist das schon nicht drin. Ja gut. Können wir nicht ändern, leider. Wenn wir nochmal einen bauen müssen. Ein bisschen schneller. Oh. Wir haben ja schon 18 Leute. Okay, da sind aber ein paar dazugekommen, würde ich sagen. Ah, die Pilze haben wir analysiert. Okay. Kann ich die denn jetzt auch mit unserem Erntehäuschen hier ernten? Oder anders? Nee, so geht's scheinbar nicht. Dann mach ich mal so. Gucken wir uns mal ein paar Pilze. Was hier? Achso, die Häuser. Okay. Kann ich eigentlich jetzt hier auch mal was anderes machen lassen? Wir müssen ja jetzt auch genug von den anderen Sachen haben. Ich werde nicht immer das gleiche kochen für unsere Leute. Vielleicht mach ich immer zwei Leute rein. Die vier sind hier drin. Äh, hier meine ich. Drei. Okay. Ich schmiede zwei Leute. Da kann nur einer jeweils. Oh, Wasserturm ist auch schon wieder fertig. Dann hier bitte aber kein giftiges, sondern auch nur schönes Wasser. So. Da arbeiten drei. Okay, das sollte funktionieren. So, jetzt bauen wir immer noch die Halle des Wissens. Die ich aber meines Erachtens nicht bauen kann. Kriege ich die denn? Ja, wir wollen ja auch nicht... Wir wollen ja kein... Wir wollen ja kein Freizeitbezirk. So. Wir müssen das hier auch... Ich muss mir das merken, dass man hier mal die Sachen auswählen muss erstmal. Okay, da bräuchten wir... Da brauchten wir gar nicht so viele Gebäude. Naja. Der Bezirk ist ganz schön groß, ne? Okay. So. Erreiche 200 Bezirkspunkte. Oh, wie kriege ich denn Punkte noch mehr? Durch Häuser. Sonnendach. Wir haben leider Minuspunkte, weil hier so viele von den Pflanzen in der Nähe sind. Okay. Und komischerweise eins von diesen Gebäuden, die gar nicht in der Nähe sind. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Vielleicht ist es einfach die hier. Das Klärbecken vielleicht was stört. Also hier stehen zwar andere Gebäude, aber vielleicht ist das so ein Allgemein-Ding. Vielleicht stört tatsächlich dieses Klärbecken. Aber da ich es leider nicht weiß, will ich jetzt nicht wild irgendwas abreißen. Vielleicht sollten wir einfach noch... Ja, noch mehr Gebäude hinpflanzen. Äh, hinpflanzen, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte es da anbauen müssen, ne? Weil hier sind sehr viele Bäume. Das hätte der besser gefallen. Okay. Hier sind denen zu wenig Bäume. Ich kann aber leider keine Bäume anpflanzen. Und was nochmal umsetzen? Ja, dann haben wir nachher die Kantine nicht dran. Ist auch doof. Aber hier hätte es dem besser gefallen. Verdammt. Ich meine, wir können das auch noch für einen anderen Bezirk theoretisch nutzen. Wir können ja hier nochmal anders machen. Das ist ja auch ziemlich groß. Wir können es mal hier ausprobieren. Ich mach das jetzt. Ich setze das hier nochmal. Dann wird das hier nämlich was anderes. Ich glaube, die Kantine müssen wir leider nochmal umbauen vielleicht. Ich glaube, die ist nicht mehr mit drin. Naja, wir lernen ja gerade aus Spielen. Ich muss die Kantine hier hinsetzen. Wieder durch. Mal schauen, wie viele Gebäude schon mit drin sind. Und die Kantine, wie gesagt, müssen wir nochmal bauen da oben. Ach nee, haben wir ja gerade. Entschuldigung. Ich, äh, ja. Wo bin ich denn? Die nächste Jahreszeit ist die Trockenjahreszeit. Okay. Ich hoffe, dass wir genug... Oh, wir haben echt viel Wasser. Also es sollte eigentlich funktionieren. Ich denke schon. Wir haben sehr viel Wasser. Ist okay. Hier würde ich jetzt mal umändern in irgendwas anderes. Was braucht der? So der Kreativbezirk? Eine Kunstgalerie. Da war das Problem mit den Klärdingern tatsächlich wahrscheinlich. Der historische... Der hier ist eigentlich ganz gut nur der historische. Der braucht ja nur die Halles Wissens noch. Ich würde die Kantine da trotzdem lassen, oder? Ich meine, so weit reichen die Kantinen auch nicht. Da werden sie ja auch eine brauchen. Nehme ich an. Die wollen ja vielleicht in jedem Bezirk essen. Ein Bürger wurde beim Ernten wieder verletzt an ihm. Aber haben wir schon... Warum hat er den denn überhaupt geerntet? Der dürfte gar nicht mehr drin sein. Eigentlich dürfte gar kein Kaktus drin sein. Irgendwo wird für einer mit reingeraten sein. Mist. Aber ich sehe es leider nicht. Hier. Warte. Ne. Okay, keine Ahnung. Naja, gut. Wie sieht es hier im Lager eigentlich aus? Oh, okay. Hat genug Platz noch. So. Die Kantine ist auch fertig. Sehr schön. Gut, Laibe. Aha. Haben wir gar nicht. So, jetzt hier der Freizeitbezirk. Äh, da sind gar keine Häuser drin. Ja, geil. Verdammt. Die Häuser haben wohl nicht bis hier gereicht. Okay. Und das ist aber schwierig hier mit Häuser bauen. Achso, die brauchen erstmal wieder einen Keller da hinten. Oh je. Das ist aber jetzt ein bisschen umständlich hier alles. Wo war denn der Keller? Jetzt müssen wir ja alles hier nochmal bauen hier hinten. Oh je. Und das nur, weil wir ein bisschen mehr Bäumchen haben wollten. Mal langsamer. Müssen erstmal Wege bauen. Wo wir die Sachen dran setzen können. Hier zu bauen, ohne was zu zerstören, ist auch nicht einfach. Ich will irgendwie hier den kleinen Baum schützen. Naja. Mehr schlechter als recht. So, der Keller. Das geht. Ja. Ja, so eher, ne? Äh, irgendwo ist es schon so weit da. Ist... Hier geht's nicht. Ich glaube, ich setze den... Na. Na, so richtig geil sitzt der hier nirgendwo. Ich mach da hin. Da war jetzt einfach am besten tatsächlich. Hier können wir so einen schönen Ding ins Reinsetzen. Dann bauen wir mal irgendwo Häuser hin und gucken, ob es irgendwie funktioniert. Hier ist echt nicht so viel Platz leider. Aber wir wollten ja die Bäume halt haben. Aber Häuser reinsetzen ist hier wirklich ein bisschen schwierig. So. Hat man immer irgendwo was kaputt. Leider. Hier ist der Keller. Muss ja so ein bisschen dranbleiben am Keller. Okay. Ich hab mal ein bisschen was gebaut. Wir gucken mal, was passiert. Äh, bei den Steinhäusern fehlt es an Rinder. Das gab es hier. Okay. Dann war das. Wir holen uns mal ein bisschen was davon. Wie viele Leute haben wir? Hat man noch 18? Bin schon wieder auch beschäftigt hier. Ja. Ja. Es fehlt es tatsächlich nur an diesen Wohnhäusern momentan. Und wir werden hier nochmal einen Wasserturm setzen müssen. Die reichen leider auch nicht weit. Hier ist ganz gut. Das funktioniert gut. Okay. Jetzt sollte da auch jeder irgendwie was bekommen an Ressourcen. Gut. Wie sieht es hier aus? Kommt keiner. Ach. Warum nicht? Da soll ich doch mal irgendwo jemanden nochmal abziehen. Jetzt sollte ich die hier lieber von der Erntehütte auch holen lassen. So. Obwohl ich da natürlich jetzt nicht sagen kann, bitte. Ach doch, warte mal. Irgendwie kann ich doch da auch hohe Prio machen, ne? Hier. Hier, macht mal hohe Prio. So. Sollte eigentlich gehen. So, jetzt kommt gleich die trockene Zeit. Okay. Und dann aber erstmal wieder gemäßigtes Wetter. Gemäßigtes. So. Was ist hier los? Achso, wir nehmen Wasser. Kein Gift, bitte. Wofür, die bringen da jetzt schnell Wasser hin. Häuser werden auch gerade fertig gebaut. Sehr gut. Drei Häuser haben wir. Das sieht doch schon dann nicht so schlecht aus. 150 haben wir hier. 150 von 100. Okay. Ach, die Küche hier in der Nähe ist gut. Ach, schön. Die ist ein paar Plätze zu weit rechts leider. Ach, das ist erärzend. Die Küche ist nicht nah genug. Dann hätte er so uns Punkte gebracht. Okay. Die Küche muss irgendwie hierher kommen. Wir können ja noch eine Küche... Ja, da sind wir bei den Synergie-Effekten, würde ich sagen. Machen wir mal hier eine Küche noch hin. Ich habe gerade ein bisschen gehackelt. So. Wir brauchen Steine. Steine. So, nee, Steine. Eben. Ach, hier unten. Okay. Ach, da kommen sie schon. Ich mache trotzdem die Prior noch hoch. Gut. Also, die Küche wird Punkte bringen. Also, sogar richtig viel. Ja. Plus 100 Punkte, dann haben wir es auch. Sehr gut. Das reicht denn dann auch schon. Was ist jetzt los? Die Trockenzeit. Und fünf neue Kinder wurden geboren. Und wir haben 20 Erwachsene jetzt. Durstige Bürger. Äh, sind die Türmchen noch nicht gebaut? Ja, tatsächlich. Und hier kommt irgendwie gerade kein Wasser an. Warum nicht? Hier brauchen wir kein Trinkwasser. Können wir da rüber bringen. Ich verteile das mal hier besser. Ich mache mal hier weniger. 100. Dann hoffe ich, dass sie das besser verteilen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen, ob es klappt. Versuche halt das von danach. Ja, doch. Ich glaube, da haben sie gerade Wasser geholt. Ja. Okay, gut. Jetzt wird hier auch Wasser hergebracht. Okay. Muss man ja nur wissen, dass es so funktioniert. Machen wir hier noch einen Träger rein. Obwohl, zwei reichen noch. Wir brauchen hier auch gleich noch Leute für die Küche und so. Hier müssen wir auch mal gucken. Ein bisschen mehr Essen vielleicht noch. Nochmal sehen. Hier ist mehr drin, als eigentlich drauf steht. Ist gar nicht warum. So, Materialien sind da. Wunderbar. Ja, wenn das fertig ist, dann haben wir es. Dann haben wir es. Komm, ich mache mal schnell. Was gibt es denn hier zu essen überhaupt? Warte mal. Bäreneintopf machen wir gerade immer noch. Aber wir haben jetzt langsam keine Dingens mehr. Ich mache mal Pilzsuppe. Wir haben ja auch fleißig Pilze gesammelt. Ich werde mal noch ein paar Pilze sammeln lassen. So. Können sie mehr Pilzsuppe machen. So, gleiches. Ja, wunderbar. Dann würde ich hier einfache Grütze vielleicht nochmal machen. Oh. Wir haben es abgeschlossen. Okay. Zwei. So. Oh, jetzt hat... Nein, jetzt hat sich das mitgeschlossen. Ich wollte doch noch lesen. Warte. Nein. Oh Gott. Was tue ich denn hier? Ich wollte eigentlich den Text nochmal haben. Naja, jetzt ist er weg. Okay. Moment. Wohnraumzufriedenheit. Bürger können mit ihren Unterkünften mehr oder weniger zufrieden sein. Wir sollten dafür sorgen, dass ihre Bedürfnisse steigen. Also erfüllt sind. Einmal ein Duftgarten. Oh, okay. Wie mache ich denn in... Jetzt weiß ich nicht, wie es geht, weil ich es nicht gesehen habe. Verdammt. Das war keine Absicht. Ich wollte es nicht wegklicken. Ich wollte es wirklich nicht wegklicken. Warte mal. Gesundheit. Oh. Eine Krankenstation. Ja, die würde ich gerne mal bauen, ehrlich gesagt. Die Krankenstation. Okay, ich sehe schon. Die reicht schon ein Stück. Also hier wäre ja perfekt gewesen. Ähm. Die würde auch gehen, wenn ich die Wege ein bisschen weg mache. Aber wir bauen halt gleich zwei. Eins quasi mehr hier links und eins mehr rechts. Oder auch. Muss die Krankenstation überhaupt mit den Häusern verbunden sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm. Abschlossenes Kapselbetten. Hier werden Erreger isoliert und den Kranken steht eine gewisse Anzahl an Betten zur Verfügung. Plus zwei Puppertürfnummer. Was? Mhm. Ja, bin ich ganz unsicher mit dem Krankenhaus hier. Ich stelle mal hier eines hin und wir gucken mal, was passiert. So. Okay. So. Jetzt haben wir noch andere Dinge. Hier. Botanikplatz und... Moment. Ein Marktplatz. Ist denn der Botanikplatz der Duftgarten? Unsicher. Können wir mal einen bauen? Oh Gott, das ist ganz schön groß. Können wir den hierhin stellen. Okay, wir stellen erst mal da hin und dann gucken wir uns das Ding mal an. Ja, blöd mit dem Text. Den Text hätte ich gerne mal gelesen. Ah. Hab ein Haus mit Stufe 10 in Wohlbefinden. Das haben wir schon geschafft, okay. Also vier Bürger, ein Gebäude, Duftgarten zu. Hier bei Wohlbefinden ist halt nur das Krankenhaus. Ah, was ist denn hier? Das ist großer Brunnen, kleiner Brunnen, Sonnendach. Ach, hier ist der Duftgarten. Okay. Okay. Doch ein bisschen was anderes. Würde den hier schon gerne bei den Freizeitleuten hinmachen, oder? Oh. Ja, wir reißen den nochmal ab hier. Äh, wie machen wir das? Wir machen da in den Duftgarten hin. Sonst weiß ich gerade wirklich nicht, wo wir den hinsetzen sollen. Möglicherweise muss das jetzt scheinbar richtig abgerissen werden wieder. So, jetzt kommt hier der Duftgarten rein. Schön. Sonnendach. Brunnen. Oh, hier ist das Ding auch noch gar nicht fertig. Hier fehlt es immer noch an diesen Moment. Aber ist hier schon hohe Prio? Vielleicht haben die gerade nichts. Ich weiß es. Ah, geht wahrscheinlich gerade gar nicht. So. Ja. Okay, dann hoffe ich mal, dass es dann gleich reicht für den Brunnen. Weil die haben gerade noch ein Wasserproblem scheinbar. Ne, doch nicht. Okay. Egal. Schöne Sachen. Hier können wir so ein Dingens hinbauen auch. So, ich bau nochmal einen kleinen Brunnen. Äh, einen größeren Brunnen hin. So. Vier Leute sollen wir zuweisen? So viele haben wir gar nicht. Ah, Moment. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte einen wegmachen. Ich mach mal hier nur noch einen Kurier. Hier einen weniger. Dann sollten wir eigentlich genug haben. Ja. Sehr gut. Ruf des Unbekannten. Den Bürgern ist ein ungewöhnliches Phänomen aufgefallen. Ein Helfer. Chaotisch blinkender Punkt. Heller. Chaotisch blinkender Punkt, der nur nachts sichtbar ist. Sie fürchten, es könnte sich um ein Notsignal handeln. Zahlreiche Freiwillige haben darum gebeten, Nachforschung anzustellen und wenn nötig eine Rettungsaktion zu organisieren. Wählen wir ein paar Entdecker und rüsten sie für die Reise aus. Okay, neue Horizonte. Zwei Systeme bringen den Fortschritt im Spiel, in dem sie neue Möglichkeiten schaffen. Forschung und Erkundung. Zu Beginn einer neuen Partie sind die meisten Gebäude nicht zugänglich und müssen mit Forschungsprojekten entdeckt werden. Forschung kann zudem Gebäudeeffekte freischalten, wie beispielsweise Boni oder neue Aufgaben. Durch das Erkunden der Welt erhältst du Gelegenheit, wichtige Entdeckungen zu machen. Neben dem Finden von Nussancen und neuen Bürgern, können Entdecker auch auf neue Pflanzen stoßen, um sie in ihre Umgebung zu integrieren, sowie kostbares Wissen, das sich in Tafeln befindet. Cool. Okay. Moment. So. Da. Wenn es so schnell geschalten ist, habe ich das Gefühl, dass es hier manchmal ein bisschen hakelig wird. Den Marktplatz muss man auch noch gucken. Gewährt dem Bürger mehr Zeit, um mit ihrem Handwerk nachzugehen. Aber erstmal Forschungszentrum hätte ich gerne. Ja, super. Stehe ich hier hin. Äh, nee. Doch nicht, weil da ein Stein ist. Dann da hin. Der vom Feldlabor hat auch nichts mehr zu tun, ne? Huch des Wissens. Ah, hier kann ich nachgucken, was ich schon erforscht habe. Scheinbar. Okay. Ich würde die mal wegnehmen, weil das bringt uns ja gerade hier gar nichts. Krankenstation bietet umfassende Behandlung, wie jegliche Krankheit an den Bürger leiden können. Die Dauer der Behandlung und die Menge an Heilmitteln sind jedoch unterschiedlich. Wird ein Bürger behandelt, kann er keine andere Aufgabe ausführen. Idealerweise sollte man seine Bürger immer vor Leid schützen. Okay, aber da gerade... Ist gerade jemand krank? Kann da jemand tatsächlich was tun? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, wir haben Verletzte. Okay, dann gucken wir mal, ob die dagegen was tun. Hier, Gorita könnte da eigentlich hingehen. Und hat noch kein Patient. Aber der schleppt hier gerade auch erstmal Sachen rein. Okay, mal gucken. Wir schauen mal. Eine Erkundungshütte müssen wir auch noch bauen. Was ist denn die Erkundungshütte? Oh, hier sind auch schöne Deko-Sachen. Okay. Wissen. Was ist das hier? Schwebender Kristall. Tisch. Okay, die Deko-Sachen finde ich echt mega cool. Aber wo ist die Erkundungshütte? Also die müssen wir erst erforschen wahrscheinlich, ne? Schalte Forschung Erkundungsmission frei. Okay, die haben wir noch gar nicht. Wir sind bei 30 Minuten. Ich würde sagen, wir müssen leider schon wieder aufhören. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, dass das hier schon lange kein Angezockt mehr ist. Also seit dieser Folge nicht mehr. Das wird hier ein Let's Play. Und ich glaube, damit sind alle auch ganz happy bestimmt. Was ist denn hier das Problem mit dem Brunnen? Oh, hier kommt gar kein Wasser mal wieder rein. Okay. Hier ist irgendwas noch nicht so... Machen wir hier ein bisschen weniger, damit sich das wieder besser aufteilt. Ja, hier ist auch viel zu viel. Okay. Sehr gut. Dann schön, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen kann, liked er lassen. Ich freue mich auf das Let's Play. Und ich hoffe, ihr auch. Also, bye-bye. Ich freue mich auf das Let's Play.